Die nächste Mighty-Series startet demnächst unter anderem schauen wir uns das Thema Bronze-Tickets an. Wie viel hat man jetzt schon für seine Umis bekommen? Außerdem wurden sehr viele Comics geburned. Welche zeige ich dir in diesem Video auf? Und das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vibi-Ojimi, den wichtigsten Vibi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und als allererstes erstmal ein schönes und frohes, gesundes neues Jahr an jeden da draußen von euch. Und da das erledigt ist, würde ich auch sagen, starten wir direkt rein jetzt ins Video. Und starten tun wir an dieser Stelle rein mit der Marvel Mighty-Series X-Men. Und diese wird schon am Sonntag, dem 7. Januar um 17.00 Uhr in deutscher Zeit stattfinden. Das ist der zweite Part von insgesamt vier Reihen, die für das Sion Beyond Crafting-Event relevant sind. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal ganz kurz hier einmal an. Wir werden hier wieder einige Mighty's bekommen. Unter anderem als erstes hier einmal Beast als Uncoming. Das Ganze wird einen Listenpreis von 15 Jumps haben und eine Editionzahl von 2600 Stück. Und dann natürlich hier auch eine First Appearance. Ansonsten haben wir hier Storm als Uncoming. Das ist ja keine First Appearance mehr. Hat trotzdem hier eine Editionzahl von 2600 Stück. Als nächstes haben wir Kalypso. Und das wird eine Rare sein. Unter anderem eine Editionzahl von 2200 Stück haben. Auch hier natürlich eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann Gambit. Und das wird auch eine Rare sein. Unter anderem hier eine Editionzahl von 2200 Stück. Als nächstes haben wir dann eine Ultra Rare und zwar Jubilee. Ich hoffe immer, ich spreche es richtig aus. Das jedenfalls bekommt hier eine Editionzahl von 1500 Stück. Und dann haben wir hier noch als letztes Professor X als Secret Rare. Und das Ganze wird eine Editionzahl von 900 Stück haben. Also hier auch tatsächlich sehr interessant. Und wie man auch sieht, es ist hier auch keine First Appearance. Da wir den Charakter tatsächlich ja schon auf der Vivi App haben als First Appearance. Zu dem Drop selbst muss ich sagen, erfahrungsgemäß jetzt zum letzten Drop werde ich diesen Drop definitiv skippen. Nur einfach aus dem Grund, weil der andere Drop sehr unter dem Droppreis gefallen ist. Und dementsprechend für mich das Ganze hier nicht worth it ist. Als nächstes kommen wir nochmal zum nächsten Comic Drop, der vor der Tür steht. Und zwar nämlich am 4. Januar. Und zwar um 17. deutsche Zeit. Spider-Man 2 Hashtag 1 aus dem Jahre 2017. Das Ganze wird hier an dieser Stelle nicht mit exklusiven Cover droppen, da das tatsächlich Variant Cover sind. Was schon ein sehr, sehr neues Comic ist. Wir bekommen hier einen Listenpreis von 7 Gems und Editionzahl von 7500 Stück. Für mich persönlich an dieser Stelle nicht nur aufgrund der Cover jetzt nicht unbedingt einen Skip, sondern auch wegen der Go-Collect-Daten. Denn die sind nicht allzu prickelnde 9.8 Grad mal für 65 Dollar. Ist nun mal einfach nicht so viel. Kommen wir zu den Bronze-Tickets. Und hier muss ich ganz klar sagen, es gibt ja eine News, aber weniger auch ohne Inhalt. Denn man muss ganz klar sagen, ja wie ihr seht jetzt hier, bei mir sind keine Bronze-Tickets bis jetzt eingetroffen. Wir haben es über 24 Stunden nach dem ersten Staking-Tag. Und dementsprechend müsste ich jetzt hier eigentlich was drin haben. Habe ich leider nicht. Dementsprechend kann sich jeder sein Teil denken. Ich denke, das wird dann eher gegen Ende des Quartals, beziehungsweise zum Ende hin, wo man das ganze Staking kann, dann ausgeschüttet. Und wie viele das dann im Endeffekt sein werden, keine Ahnung. Ich vermute tatsächlich für so eine Million Obi-Wans in etwa 50 bis 70 Ticketzahlen, die man bekommen wird über diesen Zeitraum. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie viele es dann wirklich am Ende sein werden. Kommen wir zu einem sehr großen Burn. Nicht, wenn sogar vielleicht der größte Burn, der überhaupt bei Vivi bis jetzt stattgefunden hat. Und zwar wurden nämlich hier einige Comics geburned. Und die würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier bei Vivi Values hat das einmal getweetet, welche Collectibles, beziehungsweise Comics hier eigentlich jetzt sozusagen geburned wurden. Das seht ihr, ist eine ganze Menge hier mit dabei. Und dementsprechend hat das natürlich auch einen minimalen Impact auf jeden Fall auf die Comics selber. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich hier bei den Comics tun wird. Ihr seht auch hier immer die Stückanzahl, wie viele dann schlussendlich geburned wurden. Auf jeden Fall großen Dank an Vivi Values für das Tweeten. Und genau, das auf jeden Fall dazu als kleine Information für euch, welche Comics jetzt gerade geburned wurden. Kommen wir zu einem anderen Thema, das mich persönlich in den letzten Tagen doch relativ viel beschäftigt hat. Und zwar mit dem Start ins neue Jahr 2024 ist die Lizenz für Disney zu Steamboot Willy abgelaufen. Das heißt, im Endeffekt Steamboot Willy ist jetzt eine Lizenz, die Disney gehört, sondern ist für jeden möglich zum Nutzen. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch gesehen das, was ihr jetzt gerade seht, dieses Steamboot Willy-Bild, theoretisch ausdrucken und weiterverkaufen, weil Disney keine Markenrechte mehr an dieser Figur hat. Und das ist natürlich ein krasser Schritt, muss man ganz klar sagen. Und es gab dann auch tatsächlich einige Leute, die sich gedacht haben, okay, dann release ich das jetzt einfach als NFT auf OpenSea. Wo ich euch meiner Meinung nach einfach nur ganz klar verwarnen kann, weil im Endeffekt steht da keine Lizenz mehr hinter. Jeder kann diese Sache einfach frei minden. Das heißt, meiner Meinung nach steht da eigentlich nicht wirklich ein Value hinter. Bei Vivi wiederum ist es ein bisschen was anderes. Dort hat natürlich Disney das Ganze noch rausgebracht. Dementsprechend steht hinter diesem Collectible auch irgendwo noch der Brand. Und hat irgendwo meiner Meinung nach noch mehr Value einfach, weil halt der Brand noch dahinter stand. Plus ist im Prinzip Steamboot Willy die einzige Sache, die wirklich auch als erstes auf der Blockchain als NFT vorhanden war. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach hier die Diskussion eigentlich total useless. Und Vivi hat es auch nochmal ganz gut hier getweetet. Public Domain JPEG. Nein, danke. Official Licensed Animated 3D Collectible Released 2 Years Ago. Ja, ich finde mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne eure Meinung dazu. Und in die Kommentare mich würde das auf jeden Fall wirklich brennend interessieren. Was ihr darüber denkt, hat sowas auf OpenSea wirklich Value oder ist das Ganze nur Geldmacherei? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr spannenden Tweet. Und zwar wieder von Tales from the Riso. Und hier haben wir einen weiteren Trailer vom Viviverse. Ich werde euch den ganzen Tweet einmal unten verlinken, dass ihr euch das selber nochmal anschauen könnt. Ich muss aber ganz klar sagen, mir hat das schon auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Was man hier aber tatsächlich bei diesem Video ganz klar beachten muss, das ist etwas, was Tales from the Riso selber gemacht hat. Er hat natürlich eine eigene Ansicht auf die Collectibles selber, wie er sie platziert, wie er das Ganze umsetzt. Aber was meiner Meinung nach hier der entscheidende Punkt ist, egal ob einem jetzt das Video gefällt oder nicht, auf die Details zu achten. Das heißt, wie Sachen gebaut wurden beispielsweise, wie Sachen wirklich aussehen und nicht so sozusagen aufs Grobe zu schauen, wie einem das wirklich gefällt. Denn so bekommt man einen sehr guten Eindruck, wie das Viviverse wirklich aussehen wird und was für Möglichkeiten auch einfach da sind. Denn wenn ihr euch das Video wirklich ganz genau anschaut, dann seht ihr, was für Möglichkeiten da einfach da sind, das Ganze auch wirklich zu nutzen für sich. Und daraus wirklich einen fantastischen Showroom zu machen, den die Welt so noch nicht gesehen hat. Deswegen, ja, schaut es euch auf jeden Fall gerne an. Ich werde es euch auf jeden Fall unten verlinken, einfach weil das jetzt halt ein bisschen zu groß ist und den Rahmen des Videos heute sprengen würde. Und ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.